um hallo und herzlich willkommen bei Let's Play GTA mit der Polizei und wir haben heute den Steve dabei und die 6 2 3 den Streifenwagen von anderen ja ist er was ist hier los warum sind hier plötzlich so viele Taxi-Aufläufe ach halt's Maul los geht's hier mit der Streife so Dude Knut na eine rote Ampel wir fahren jetzt hier gleich nach links ja der fährt über rot der fährt über rot was macht der da los fahr rechts ran was ist das was ist passiert oh falsche Taste wo ist denn der den wir verfolgen sollen da läuft er bleib stehen ich weiß dass du das Feuer in dir hast also wir sehen falsche richtung kollege alter muss ich dich platt fahren bleib stehen äh liegen ich würde an deiner stelle liegen bleiben bleib liegen so verhaftet Bullshit Junge Hände hoch komm alter du bist verhaftet verhaftet hab ich gesagt so jetzt aber jetzt hat's geklappt jetzt hat's endlich mal geklappt so ich bestelle ich bestelle dir mal ein Taxi ne für den Knast Bastet Junge halt mal so den stellen wir mal hin so den Eingrads nehmen wir an wo müssen wir hin da oh ist aber nicht weit weg ist ja gut so so hier irgendwo bestimmt wieder da rein äh bleib stehen bleib liegen bleib liegen bleib liegen nimm die Waffe in der Hand ey Bulle komm hör auf lass es sein lass es sein ich hab dich gewarnt ich schwirre dir das funktioniert okay gut gut ja was soll ich denn machen ey da wollte mich erschießen das geht doch mal gern so das geht nicht duz knütz so weiter geht's mit unserer action hier oh schau ich noch oh da war geht rumdrifting so mal taktisch hinterher oh nein aber dafür stehen wir an dieser Ampel ne wir stehen doch nicht so lange an dieser Ampel hier das ist gut gut knut überholvorgang um die kurve rum um die kurve rum bis jetzt relativ ruhig oh taktisch überholt er ist mal aufgefahren wie wärs mal mit euch wenn ihr mal alle fahrt eben wenden in 28 Zügen so fahren wir mal hier durch in das street hier auch in den hintersten Ecken der City sollte man mal Präsenz zeigen und äh ne polizei gewalten Tätigkeiten ausüben rumdriften schreit jetzt wieder Leute ja shit und rennt wieder weg schreit ja Verkehrsregel kommt es aber so langsam denn darf man immer mal überholen schwuppidi wuppidi wuppe wir fahren nach links so die nächste wieder rechts will zu fahren oder will zu nicht fahren so hier hier knut hier hier wurde irgendwo ein Auto stibitzt beziehungsweise was das stibitzt ach ich darf nicht überholen komm der ist so langsame ne 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 das kann ja nie wahr sein um gibt mir einen Einsatz hier mit voller Bremse in Bauer wird stehen geblieben die Stimme reifen und das war wohl nix das war jetzt leider nichts meine Damen und Herren und jetzt scharf um die Kurve um alles gut alles gut knut nix ist passiert jetzt ist sie tatsächlich nochmal rot ey jetzt ist sie tatsächlich nochmal rot kniegas das schreit nach dem Hotdog ey Hotdog Hotdog Hotdogs SM das ist immer gut das war ja fast wieder rot ein bisschen Terror machen ein bisschen Terror machen sehr schön ich brauche Hotdog fahren du mal hier na wo wie blöd ist das denn hier zu halten ach ich hätte voran halten müssen na egal den Stich hier passt doch darf das bin Bulle ey fahren wir hinterher mit der verfugt den Rohr im Taxi wir nehmen den hier welcher ist das denn jetzt Lolo da rennt noch da rennt noch stehen bleiben stehen bleiben der ist gegen meine Karre gerannt das habt ihr alle gesehen stehen bleiben ich fahr die hinterher ich fahr die hinterher ich fahr die hinterher du hast keine Chance da gehen wir geht er weg oh dicker jetzt mal weniger Donuts gefressen jetzt mal weniger Donuts gefressen und Kriegen wir. Kriegen wir. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich hab dich gewarnt. Dich haben wir. Kleiner Verbrecher. Mein Erländer, glattst du mich denn so an? Perfekt. Dann haben wir. Jetzt gut, wie viele holen denn noch kommen? Nimm ihn fest. Hört jetzt her die Ruhe weg. Der schon festgenommen. Warten auf das Taxi gerade. Hinten kommen sie. Und falls du nochmal versuchst abzuhauen, du Knirch. Habt ihr denn jetzt festgenommen oder nicht? Kommt das Taxi für ihn jetzt? Kommt der Taxi? Hä? 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 Oder nicht? So, wir sind hier raus. Wir haben das jetzt geschafft. Knirch. Ja, erstmal ein bisschen für Straßenterror gesorgt. Hier wieder mal. Ich liebe diese Verfolgungsjagden. Den Einsatz lassen wir uns nicht entgehen. Weg, 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 weg. Immer wenn Sirene leuchtet, leuchtet, äh, ertönt, heißt das mal. Hier sind wir doch schon wieder falsch. Das weiß ich doch jetzt schon. Dass es dieser Einsatz irre führen wird. Wir müssen da rum. Jetzt wieder um gleich da oben rechts rein. Genau hier. So, jetzt sind wir richtig. Das wird wieder mit dieser Passage sein, wahrscheinlich. Da treiben sich ja das öfteren mal Obdachlose rum. Genau hier. Dude, Knut. Da ist er, oder? Nee, das Auge, das, 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 das Verfolgende ist nicht im Fahrzeug. Bleib stehen. Wow. Jetzt rennt er wieder weg. Jetzt rennt er wieder weg. Oh, 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 Randalle. Oh, 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 Randalle. Bleib stehen. Du hast auf mich geschossen. Du hast keine Chance mehr. Bleib, komm. Ich werde dich noch beinahen. Du denkst, du hast, was es braucht? Ich schwöre, ich mach dich platt, ey. Oh, ich suche eine Chance. Komm, er gibt dich, ey. Jetzt rennt er weg. Hinterher. So. Ey, wie soll ich meine Knarre weggeschmissen? Ey, ich will meine... Okay, wir werden regroup. Das funktioniert nicht. Regroup! Kann ich im Kofferraum neue bewaffnungen holen oder nicht? Ja, kann ich. Erstmal den Kopf in den Kofferraum stecken. Da ist er wieder meine Waffe. Schön. Jetzt nur einsteigen. So. Und dann wieder da hoch. So, einmal schön, oh, oh, mit dem Pick-up-Binger natürlich besser mit dem SUV. Mit dem ging das besser. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt genug Sterreur gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Benni. Tschüss.